In der islamischen Kultur ist Geometrie allgegenwärtig. In Moscheen, Koranschulen, Palästen und sogar Privathäusern. Die Tradition entstand in der Frühgeschichte des Islam im 8. Jahrhundert, als Kunsthandwerker Motive aus der römischen und persischen Kultur zu neuen visuellen Ausdrucksformen weiterentwickelten. Diese Epoche war ein goldenes Zeitalter der islamischen Kultur, in der viele Errungenschaften früherer Zivilisationen gepflegt und weiterentwickelt wurden. Das führte zu grundlegenden Fortschritten in Wissenschaft und Mathematik. Dies ging einher mit einer immer raffinierteren Verwendung von Abstraktion und komplexer Geometrie in der islamischen Kunst, von komplizierten Blumenmotiven auf Teppichen und Textilien bis hin zu Fliesenmustern, die sich endlos zu wiederholen scheinen und das Staunen über unendliche Reihen anregten. Trotz der bemerkenswerten Komplexität der Muster lassen sie sich mit Zirkel und Lineal zeichnen. Mit diesen einfachen Werkzeugen eröffnet sich eine kaleidoskopartige Vielfalt an Mustern. Und wie funktioniert das? Alles beginnt mit einem Kreis. Die erste wichtige Entscheidung ist, wie man ihn aufteilt. Für die meisten Muster wird der Kreis in vier, fünf oder sechs gleiche Bereiche aufgeteilt, woraus sich dann charakteristische Muster ergeben. Man kann leicht feststellen, ob ein Muster auf vierfacher, fünffacher oder sechsfacher Symmetrie beruht. Die meisten enthalten von Blattmustern umgebene Sterne. Die Anzahl der Strahlen eines Sterns oder der Blätter um ihn herum zeigt die Kategorie des Musters. Ein Stern mit sechs Strahlen oder sechs Blütenblättern gehört in die sechsfache Kategorie. Ein Stern mit acht Blättern gehört zur vierfachen Kategorie und so weiter. Die Muster haben noch ein Geheimnis. Ein zugrunde liegendes unsichtbares Raster. Es ist unerlässlich, aber es hilft von Beginn an, den Maßstab der Zeichnung zu bestimmen. Es sorgt für Genauigkeit und erleichtert das Erfinden unglaublicher neuer Muster. Sehen wir uns mal ein Beispiel dafür an. Wir beginnen mit einem Kreis in einem Quadrat und teilen ihn in acht gleiche Teile. Dann können wir ein paar sich kreuzende Linien zeichnen und sie mit zwei weiteren überlagern. Das sind Konstruktionslinien, aus deren Segmenten wir die Grundlage für unser sich wiederholendes Muster bilden. Aus denselben Konstruktionslinien lassen sich durch verschiedene Segmente viele verschiedene Designs erstellen. Das vollständige Muster entsteht durch ein Gitter mit vielen Wiederholungen dieser einen Kachel beim Prozess der sogenannten Parkettierung. Durch die Wahl anderer Konstruktionslinien hätten wir dieses Muster erstellen können oder dieses. Die Möglichkeiten sind praktisch endlos. Wir können die gleichen Schritte für sechsfache Muster befolgen, indem wir Konstruktionslinien über einen in sechs Teile geteilten Kreis ziehen und ihn paketieren. Hier ist ein weiteres sechsfaches Muster, das im Lauf der Jahrhunderte überall in der islamischen Welt auftauchte, darunter in Marrakesch, Agra, Konya und der Alhambra. Vierfache Muster passen in ein quadratisches Gitter und sechsfache Muster in ein sechseckiges. Fünffache Muster sind jedoch schwieriger zu paketieren, weil fünfecke eine Fläche nicht sauber ausfüllen. Es müssen also andere Formen hinzugefügt werden, um eine wiederholbare Form zu schaffen. Das führt zu Mustern, die komplex erscheinen, aber doch relativ einfach zu erstellen sind. Die Paketierung ist übrigens nicht auf einfache geometrische Formen beschränkt, wie die Arbeiten von M.C. Escher zeigen. Obwohl in der islamischen Geometrietradition Elemente wie Fische und Gesichter eher nicht vorkommen, werden manchmal mehrere Formen verwendet, um komplexe Muster zu erschaffen. Diese über tausendjährige Tradition nutzt die Grundlagen der Geometrie, um komplizierte, dekorative, ansprechende Werke zu schaffen. Mit ihr haben deren Schöpfer gezeigt, was mit künstlerischer Intuition, Kreativität und Hingabe sowie einem guten Zirkel und einem Lineal möglich ist. Mathematik und bildende Kunst gehen oft Hand in Hand. Nehmen wir zum Beispiel Van Goghs Sternennacht. Dieses Gemälde stellt eines der ältesten Rätsel der Mathematik dar. Weißt du, um welches es sich handelt? Finde es in diesem Video heraus.